Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen. Loma, März 1991. Von Anfang an hatte der Fall Ralf B. für Schlagzeilen gesorgt. Im August 1988 meldete Ehefrau Stefanie, eine tatkräftige und erfolgreiche Geschäftsfrau, ihren Mann bei der Polizei als vermisst und behauptete, er sei mit mehreren Hunderttausend Mark aus ihrer eigenen Firma durchgebrannt. In dem kleinen Ort Loma Breit war das angebliche Verschwinden des in Vereinen und Kommunalpolitik engagierten Ralf B. mit Skepsis aufgenommen worden. Die Gerüchteküche brodelte, vor allem als schon kurze Zeit später ein anderer Mann bei Stefanie einzog. Trotzdem sollte es noch fast drei Jahre dauern, bis die unfassbare Wahrheit im März 1991 ans Tageslicht kam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und heute habe ich wieder mal jemand Neues neben mir. Genau, ich bin Wiebke Elges und heute zum ersten Mal mit dabei. Ich bin Teil der Online-Redaktion des Generalanzeigers. Und ja, Anna hat mich heute einfach mal eingeladen, mit dabei zu sein und euch einen spannenden Fall zu erzählen. Ja, vielen Dank, dass du da bist, Wiebke. Ihr habt es sicher an der einen oder anderen Stelle schon bemerkt. Wir vergrößern unser Team hier ein kleines bisschen bei Akte Rheinland, um unsere bisher ja viel zu langen Pausen kleiner halten zu können. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist, Wiebke, und dass du uns einen neuen Fall mitgebracht hast. Das habe ich und an der Stelle jetzt auch erstmal noch ein kleiner Hinweis. Damit wir hier auch immer etwas zu erzählen haben, freuen wir uns immer sehr über euer Feedback und auch, wenn ihr uns neue Vorschläge für neue Fälle macht, damit wir die hier auch behandeln können. Genau, ihr helft uns außerdem immer sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und am besten auch gleich bei Spotify dieses kleine Glöckchen aktiviert, damit ihr keine neue Folge verpasst. Am allermeisten hilft und freut uns natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das geht ja mittlerweile auch bei Spotify und da die Frage letztens aufkam, da findet ihr die Bewertung auf der Startseite des Podcasts. Also da, wo die Infos zur Sendung stehen und alle Folgen aufgelistet sind, ganz, ganz oben, wenn ihr nach oben scrollt, links. Jetzt kommen wir aber auch endlich zu unserem heutigen Fall. Normalerweise ist da ja auch immer ein drittes Mitglied dabei oder eine dritte Person, ein Mitglied der Redaktion, die dann von dem damaligen Ereignis etwas berichten kann. Dieses Mal sind wir aber nur zu zweit, wie ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen habt. Aber Anna, du konntest ja mit unserer führenden Richtsupporterin vom Generalanzeiger im Vorfeld sprechen, richtig? Ja, genau. Ich habe mit der Rita Klein über diesen Fall gesprochen. Ich telefoniere regelmäßig mit Rita. Bisher haben wir es ja leider immer noch nicht geschafft, sie hier quasi im Podcast richtig dabei zu haben. Aber das Gute ist, sie erinnert sich wirklich erstaunlicherweise an jeden ihrer Fälle, obwohl das wirklich wahnsinnig viele sind und auch schon eine ganze Zeit her ist. Und es ist immer total wertvoll und auch spannend, mit ihr zu sprechen. Deshalb werden ihre Erinnerungen an den Fall und ihre Eindrücke hier sicherlich auch noch an anderer Stelle mit einfließen. Das klingt auf jeden Fall schon mal echt spannend mit der Rita. Da bin ich gespannt, was du da noch für Einwürfe hast. Deshalb steigen wir jetzt mal in den Fall ein. Noch ein kleiner Hinweis zuvor. Die Namen haben wir auch in diesem Fall wieder alle geändert. Und wie ihr ja auch schon zu Beginn der Folge gehört habt, geht es heute um den Mathematiker Ralf aus Loma Breit, der im Jahr 1988 von seiner Frau Stefanie zunächst als vermisst gemeldet wird. Der Vater zweier Kinder soll laut seiner Frau nach einem Gaststättenbesuch am Abend des 30. Juli nicht mehr nach Hause gekommen sein. Und ja, die Gerüchteküche brodelt daraufhin. Denn tatsächlich hat niemand von den Nachbarn, Verwandten und Freunden Ralf nach dem 30. Juli 1988 je wieder gesehen. Was die Gerüchteküche dann natürlich auch noch weiter antreibt, Am 4. Dezember 1988 zeigt seine Frau ihn wegen Unterschlagung von 250.000 Mark an. Laut Stefanie sei ihr Mann mit viel Geld durchgebrannt. Und im März 1989 reicht deshalb dann auch die Scheidung ein. Ja, das ist gerade in so einem kleinen Ort wie Breit großes Aufsehen erricht, wenn jemand einfach plötzlich und spurlos verschwindet. Das kann man sich gut vorstellen. Also kurz zur Einordnung. Breit gehört zur Stadt Loma. Die liegt im Süden des Bergischen Landes und gehört zum rechtsrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises. Loma hat gut 30.000 Einwohner. Und Breit ist wirklich, ich glaube, das kann man eindeutig so sagen, eine Art Dorf. Da leben rund 500 Einwohner. Da ist sowas natürlich Ortsgespräch. Zumal Ralf in Breit ja kein Unbekannter war, oder? Genau, das ist richtig. Ralf war ziemlich bekannt in Breit. Er engagierte sich nämlich in vielen Vereinen, organisierte zahlreiche Veranstaltungen mit, leitete vorübergehend den CDU-Ortsverband und machte sich auch als Förderer der Fußballabteilung des TSF Krawinkel breitverdient. Auch in den Kneipen des Ortes kannten viele Menschen ihn, denn dort soll er laut Stefanie häufig gewesen sein. Darauf gehen wir aber später auch nochmal ein bisschen genauer ein. Ja, zuletzt hatte Ralf in der Firma seiner Frau gearbeitet, die eine Computer- und Schreibmaschinen-Schulung mit Niederlassung in Breit, Köln und Heidelberg betreibt. Also da ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Gerüchteküche noch mehr brodelt, als Stefanie kurz nach seinem Verschwinden bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Der zieht nämlich kurz nach dem Verschwinden ihres Mannes bei ihr ein. Um wen handelt es sich da? Ja, genau, denn es zieht, wie du schon sagst, jemand Neues ein. Wir nennen den Mann hier jetzt mal Bernhard. Das ist auch nicht sein echter Name. Den haben wir uns auch ausgedacht. Er ist zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt und über ihn wissen wir auch eigentlich nicht so viel. Außer, dass er ein Bundesbeamter aus Bonn ist, genauer gesagt ein Oberrechnungsrat. Bernhard und Stefanie kannten sich aber schon etwas länger, oder? Genau, das ist richtig. Ich hoffe, es wird jetzt nicht so zahlenlastig. Jetzt kommt so ein bisschen die Geschichte von den beiden. Stefanie kannte den Beamten schon seit 1976. Die beiden hatten damals eine Affäre. Sie trennte sich jedoch von ihm, weil sie damals ihren zweiten Mann Ralf, den sie 1975 geheiratet hatte, nicht verlassen wollte. Also sie war in zweiter Ehe verheiratet mit Ralf, über den wir ja jetzt hier sprechen, und hat dann ein Jahr später eine Affäre mit Bernhard, dem Beamten, angefangen. Richtig? Ganz genau, ganz genau. Und 1977 zogen Ralf und Stefanie dann zusammen nach Loma Breit und dann folgten auch schon bald die Kinder. Ein Mädchen und ein Junge im Jahr 1979 und 1980. 1986 wandte sie sich dann aber wieder plötzlich Bernhard zu und wollte dann eigentlich doch eine feste Beziehung mit ihm. Und ihre Ehe ging dabei bergab. Nach dem Verschwinden von Ralf passiert drei Jahre lang nichts mehr in dem Fall. Die Ermittlungen der Polizei, die führen irgendwie zu nichts. Ja, genau. Doch dann drei Jahre später gibt es Gerüchte um einen neuen Partner in dem Unternehmen von Stefanie. Und ein Freund des verschwundenen Ralf erstattet daraufhin nun Anzeige. Warum genau? Das geht aus unserem Archivmaterial leider nicht hervor. Es ist aber klar, durch die Anzeige geraten die Ermittlungen wieder ins Rollen. Doch mittlerweile, es ist jetzt inzwischen ja 1991, leben Stefanie, Bernhard und die beiden Kinder alle nicht mehr in Breit. Sie hat das Haus inzwischen verkauft und dort wohnt jetzt eine andere Familie. Genau, ja. Ich meine, es ist ja auch irgendwie vorstellbar, wenn da so viel passiert ist, der Mann plötzlich weg ist, dann will man vielleicht sich auch einfach ein neues Leben aufbauen. Genau das hat Stefanie dann auch versucht. Doch Ermittler durchsuchen im März 1991 mit Hunden den alten Garten der Familie. Denn nach der Anzeige aus Breit gab es ein Geständnis in dem Fall. Und ja, da frage ich jetzt einfach mal dich, was denkst du, wer hat da wohl bei der Polizei ausgesagt? Ja, bisher haben wir zwar wenig über ihn gehört, aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es mit Bernhard, also mit der Affäre, beziehungsweise dann dem neuen Partner von Stefanie zu tun haben könnte. Da liegst du gar nicht so falsch, denn tatsächlich sitzt Bernhard zu dem Zeitpunkt, als die Durchsuchungen stattfinden, bereits seit drei Wochen in Untersuchungshaft. Bei der Polizei gilt der 44-Jährige als dringend tatverdächtig. Dabei verdächtigt die Polizei jedoch nicht alleine. Auch die inzwischen 42-Jährige Stefanie sitzt bereits in Untersuchungshaft, denn durch die Aussage von Bernhard wird sie schwer belastet. Laut ihm hat Stefanie, nämlich Ralf, erschossen, dann im Garten vergraben und ja, jetzt kommt's. Später soll sie ihn wieder ausgegraben haben und im Kamin verbrannt haben. Okay, wow. Ja, das ist wirklich harter Tobak. Wir haben ja schon gehört, mit der Ehe der beiden stand es nicht zum Besten, aber die Hintergründe, also wie es jetzt dann dazu kommt, dass man jemanden erschießt, eingräbt, wieder ausgräbt und verbrennt, da sind mir die Hintergründe ziemlich unklar. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Ermittlungen? Ja, wegen der Aussage von Bernhard führt die Polizei dann ja diese Durchsuchungen des Hauses und des Gartens durch, aber sie finden tatsächlich dort keinerlei Spuren, die darauf hindeuten könnten, dass Bernhard etwas mit dem etwaigen Tötungsdelikt zu tun haben könnte. Genauer gesagt gibt es gar nichts, was darauf hindeutet, dass es ein solches Tötungsdelikt gegeben hat. Aber auch Stefanie hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt. Okay, und was sagt sie? Stefanie sagt aus, dass sie und Ralf sich am Nachmittag des 30. Juli 1988 gestritten hätten. Und worum soll es bei dem Streit gegangen sein? Also, nach ihrer Aussage war es so, dass im April 1988 Ralf ihr gesagt habe, dass er in einer Frankfurter Firma einsteigen und dorthin ziehen wolle, um sich dort eben dann eine neue Existenz aufzubauen. Stefanie sei nach eigener Aussage froh um diese Nachricht gewesen sein. Sie sagt wörtlich, sie war selig. Denn für sie war die Ehe gescheitert und sie wollte mit Bernhard zusammen sein. Der sollte, so war zumindest dann der Plan, am 30. Juli bei ihr einziehen. Ralf zog dann angeblich auch aus, und zwar fünf Tage vor dem besagten Tag. Doch an diesem Tag habe er beschlossen, dass er nun doch nicht gehen wolle. Ja, und dann habe sie darauf mit Schweigen reagiert, woraufhin Ralf wie so oft mal wieder in die Kneipe gegangen ist. Dort war er auch bekannt, das haben wir auch am Anfang schon gehört. Also er war dort sehr oft und es war wieder ein Fall, wo er einfach in die Kneipe ging. Sie habe dann ihre Kinder weggeschickt und Bernhard angerufen und ihn gebeten, jetzt doch noch nicht zu kommen. Ja, das ist ja vielleicht auch praktisch, wenn dann nicht der Neue schon vor der Tür steht. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man dann vielleicht nochmal ein Telefonat führen. Genau, dann sei aber ihr Mann mal wieder betrunken nach Hause gekommen, wie so oft, und habe sie, Zitat, geschlagen und getreten wie noch nie. Sie habe dann am Ende auf dem Teppich gesessen mit blutender Nase. Das klingt echt furchtbar. Ehrlich gesagt klingt das auch, als wäre das nicht zum ersten Mal passiert. Ja, das ist richtig furchtbar, was da vorgefallen ist. Wir greifen da jetzt auch einfach mal ein bisschen vor, denn es wird in diesem Fall schließlich ein Prozess eröffnet. Der beginnt am 19. März 1991. Stefanie wird wegen Mordes angeklagt, Bernhard wegen Strafvereitlung. Strafvereitlung, um das kurz zwischendurch zu erklären. Ich zitiere hier mal auszugsweise aus dem Paragrafen 258 Strafgesetzbuch. Das bedeutet, dass jemand, Zitat, absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme unterworfen wird. Also, wenn jemand halt verhindert, dass ein anderer für eine Tat bestraft wird und bestraft, wiederum wird die Strafvereitlung mit bis zu fünf Jahren Haft oder aber mit einer Geldstrafe. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du da nochmal ein bisschen aufgeklärt hast. Im Zuge dieses Prozesses berichtet Stefanie dann auch weiter von den Geschehnissen dieses 30. Juli. Und naja, da kommt es, wie unsere Gerichtsreporterin von damals in dem Text geschrieben hat, wirklich zu einer gespenstischen Vorführung. Bonn, 16. Januar 1992. Die Angeklagte setzt sich vor dem Richtertisch auf den Boden. Ihr Anwalt muss ihren Mann mimen und sie an den Haaren auf einen Stuhl neben sich zerren. Sie führt Regie. Der Anwalt muss so tun, als ob er sie mit einer Zigarette am Handgelenk verbrennt. Zweimal. Dann beschreibt sie die Tat. Ihr Mann drückt ihr die Pistole in die Hand, führt sie an seine Schläfe und sagt, Also das, was da beschrieben wird von Rita Klein, das ist wirklich gruselig und soweit ich das beurteilen kann, sehr ungewöhnlich für eine Gerichtsverhandlung. Nach Stephanies Schilderung hält sie nun also irgendwie in Panik und Angst die Pistole an die Schläfe ihres Mannes von seiner Hand geführt und dann? Ja, und dann drückt sie tatsächlich ab. Sie erschießt nach ihrer Aussage dann ihren Mann in Notwehr. Und dann? Ja, dann erzählt Stefanie weiter, wie ihre Geschichte geht. Danach hat Stefanie laut ihrer Aussage vor Gericht einfach nur an ihre Kinder gedacht. Und irgendwo auch eine logische Denkweise, die Leiche muss weg. Das waren ihre Gedanken zu dem Zeitpunkt. Deshalb hat sie dann die Leiche nach ihrer Aussage in die Garage geschleppt und das Blut weggewischt. Die Kinder sollen dann erst von den Nachbarn nach Hause gekommen sein. Also somit sollten sie eigentlich nichts mitbekommen haben. Sie erzählt dann weiter, dass auf ihren Anruf dann Bernhard kam und den hat sie dann mit den Kindern erstmal spazieren geschickt, damit sie natürlich da noch ein bisschen mehr Zeit hat einfach. Orten zu schaffen. Ja, sich um die Sache zu kümmern. Und sie selbst sei dann mit dem Auto nach Niederkassel-Mohndorf gerast, weil es gab ja immer noch die Waffe. Die musste sie irgendwie loswerden und die hat sie dann dort in den Reingeschmissen. Und ja, sie macht sich natürlich daraufhin auch weiterhin viele Vorwürfe, das berichtet sie zumindest auch vor Gericht. Die ganze Nacht habe sie eigentlich nur gegrübelt und jetzt kommt wieder ein Zitat. Ich gehöre in den Knast und für sie das Schlimmste. Ich habe versagt, ich habe die Kontrolle verloren und etwas getan, was ich niemals wollte. Und wieder seien ihre Kinder natürlich in ihren Kopf gekommen. Und das, was sie dann dachte, ist, ich muss die Tat vertuschen. Wurde diese Waffe eigentlich je gefunden? Und woher kamen die überhaupt? Ja, leider ist uns dazu gar nicht mehr so wirklich was bekannt. Es war auch leider nicht mehr in das Urteil, zu diesem doch recht lange zurückliegenden Fall zu kommen. Laut Landgericht und Staatsanwaltschaft Bonn liegt das Urteil einfach nicht mehr vor. Okay, also das ist zumindest mal bemerkenswert, weil wir ja noch ältere Urteile durchaus schon mal bekommen haben. Aber gut, zurück zum Fall. Bernhard ist laut Anklage erst dazugekommen, als alles vorbei war. Er hatte also mit der Tat selbst, mit diesem Schuss, nichts zu tun. Ja, richtig. Er kam dann dort an und wie man es sich vorstellen kann, wie soll man reagieren, wenn man das hört, sieht, er war entsetzt. Das sagt Stefanie zumindest vor Gericht und auch, dass er zur Polizei gehen wollte eigentlich. Aber sie hat ihn dann angefleht, ihr zu helfen. Er selbst sagt auch vor Gericht, dass er einfach zuerst dachte, ich muss jetzt zur Polizei gehen. Und er das auch vorhatte, aber dann war es ihm einfach nicht möglich, Stefanie der Polizei auszuliefern und damit auch den Kindern die Mutter zu nehmen und alles zu zerstören, das ganze Familienleben. Also er hat dann wirklich ihr geholfen und am nächsten Tag eine Grube im Garten gegraben und ja, dann zusammen mit Stefanie den Toten hineingelegt. Dann schüttete er die Grobe zu und pflanzte zwei Blumenstöcke auf das Grab und naja, dann kommt das, was wir ja schon kennen. Stefanie meldet ihren Mann als vermisst, zeigt ihn wegen Unterschlagung von Firmengeldern an, ließ sich scheiden und versucht ein normales Leben zu leben. Ja, okay. Und warum hat Bernhard dann ein paar Jahre später doch ausgepackt? Ja, offenbar war dann der Druck und die Last des schlechten Gewissens einfach, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Das muss an einem nagen, das kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, aber gut, das ist jetzt auch Spekulation vielleicht, aber es war dann anscheinend doch zu groß das Ganze und Anfang 1990 wollte Bernhard sich dann von Stefanie trennen. Vor Gericht sagt er, für ihn habe Ralf auch immer noch einfach im Garten und im Bett gelegen und für Stefanie war er auch überall. Ja, das ist wirklich eine grauenhafte Vorstellung. Also du lebst in diesem Haus und im Garten liegt die Leiche des Ehemanns, das möchte ich mir nicht vorstellen. Nee, ich mir auch wirklich nicht. Also Bernhard sagt dann auch wirklich zu Stefanie, in diesem Haus werden wir nicht gesund. Die beiden haben dann wohl noch eine Zeit lang eine Beziehung geführt, die aber nicht mehr so eng war wie zuvor. Und ja, schließlich im September 1990 trennten die beiden sich endgültig. Stefanie hatte sie offenbar einem anderen Mann zugewandt und sie zog dann mit den Kindern nach Heidelberg und wollte deshalb das Haus verkaufen. Aber es gab ja noch ein Problem in diesem Haus, nämlich eine Leiche und deshalb, ja, musste die Leiche irgendwie verschwinden. Und dann hat sie den Mann wieder ausgebuddelt nach anderthalb Jahren. Ganz genau. Aus Angst davor nämlich, dass die neuen Besitzer die Leiche im Garten finden könnten, grub sie in der Nacht zum 3. Januar 1990 wieder aus und verbrannte die Überreste im Kamin. Ohne darauf jetzt wirklich detailliert einzugehen, das muss ich jetzt einfach sagen, das muss doch furchtbar gerochen haben, oder? Der Geruch fiel auf jeden Fall Hausinteressenten auf, die dann nämlich am 3. Januar, also wirklich nur einen Tag später... Ja, wahrscheinlich gab es diesen Termin zur Besichtigung oder dann hat sie den da schnell verbrannt. Ich glaube auch. Also ja, am 3. Januar, also wirklich einen Tag später, nachdem sie die Überreste von Ralfs Leiche verbrannt hat, kamen dann eben Hausinteressenten und ja, Stefanie erklärte den Geruch einfach mit einem angeblichen Wasserschaden. Okay, wir denken da am besten gar nicht mehr genau drüber nach und kommen zurück zum Prozess vor Gericht. Lass uns doch mal etwas mehr über Stefanie als Person sprechen. Das bleibt für mich noch ein bisschen im Dunkeln. Wer war sie überhaupt und warum begeht die eine solche Tat? Also, Stefanie war zum Zeitpunkt der Verhandlung 42 Jahre alt und wir haben uns seit so ein bisschen auf die Archivtexte bezogen, wie sie dort beschrieben wird und dort wird sie eben als zierliche Person mit dunklen Haaren beschrieben. Außerdem soll sie auch während des Gerichtsprozesses durch ihr geschultes Reden aufgefallen sein und auch beeindruckt haben. Sie wird weiter auch als intelligente Frau und erfolgreiche Unternehmensberaterin beschrieben. Und 1983 gibt sie dann ja ihren Job auf, aber Anfang 1984 kündigt dann ihr Mann seinen Job plötzlich ebenfalls. Und ja, das zeigt vielleicht auch ein bisschen, wie intelligent sie war. Daraufhin gründete sie nämlich ein Schulungsunternehmen, das er leiten soll. So hatte sie sich das überlegt und sie selbst macht Unternehmensberatung. Aber, naja, er kümmert sich offenbar um nichts und trinkt. Also, hatten wir ja auch schon, er war oft in den Kneipen unterwegs und Stefanie muss also im Grunde allein für die Familie sorgen. Zwar verdient sie als Unternehmensberaterin wirklich gutes Geld, aber es wird auch viel ausgegeben, sodass die Schulden der Familie auf fast 800.000 Euro anwachsen. Das ist echt eine Menge ja auch. Und ja, weiter wird sie dann auch beschrieben in den Archivtexten, dass sie während des Gerichtsprozesses sehr kontrolliert und gefasst gewirkt haben soll. Ja, so erinnert sich Rita auch noch an sie. Also, die hatte wirklich noch eine gute Erinnerung an sie. Also, eine ganz schmale, zierliche, kleine Person, aber nicht in dem Sinne unscheinbar. Also, die war wohl sehr intelligent, das merkte man auch, konnte wirklich sehr gut reden. Und genau wie du schon gesagt hast, war die wahnsinnig kontrolliert. Also, hat während des Gerichtsprozesses kaum eine erkennbare Gefühlsregung gezeigt. Diese Ehe von Stefanie und Ralf, wie zumindest, wie sie die da vor Gericht beschreibt, die wirkt alles andere als harmonisch. Nee, ganz und gar nicht. Also, das muss man echt sagen. Was Stefanie da beschreibt, das bestätigen dann tatsächlich auch Nachbarinnen. Sie arbeitet und er trank. Vor allem auch die Aussage einer 63-jährigen Nachbarin zeichnet das Bild eines Familiennehmens, das eigentlich für Stefanie wirklich die Hölle gewesen sein muss. Und sie hatte den Eindruck, Stefanie werde geschlagen. Erst mit dem Einzug von Bernhardt sei in dem Haus nebenan auch Freude eingekehrt, jedoch nur für ein halbes Jahr. Die Aussage, dass Stefanie geschlagen wurde, bestätigt dann auch ein Arzt, den sie kurz danach aufgesucht hatte. Also, zumindest die Verletzung bestätigte er. Ihr ganze Körper sei nämlich voll mit Blutergössen gewesen. Und an ihrem Handgelenk soll sie auch Verbrennung dritten Grades gehabt haben. Also, die Tat, wie sie sie beschreibt, zusammen mit diesen Aussagen, die ja auch von Nachbarinnen in der Umgebung bestätigt werden, das klingt für mich echt nach einer Notwehrsituation, als hätte sie, wenn ich mich da reinversetze, ihre Kinder und sich selbst vor diesem Mann schützen wollen. Ja, darauf will dann nämlich auch Stefanies Anwalt hinaus und beantragt Totschlag im minderschweren Fall mit einer Haft von nicht mehr als drei Jahren für Stefanie. Angehörigen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf die Stelle zur Tat hingerissen worden, oder liegt sonst ein minderschwerer Fall vor, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Vor Gericht sagt dann schließlich auch Stefanies Mutter als Zeugin aus und sie zeichnet da eigentlich ein ähnliches Bild, was wir bislang schon gehört haben. Die damals 63-Jährige beschreibt ihre Tochter und Ralf zu Beginn der Beziehung als wirklich, als ein Traumpaar eigentlich. Und sie sagt dann auch, so strahlend hatte ich Stefanie noch nie gesehen. Nur der Vollständigkeit, aber sie war ja vorher schon mal verheiratet, Ralf war ihr zweiter Mann. Über die erste Ehe wissen wir nichts, aber das ist ja dann irgendwie so ein bisschen, man hat ja dann so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt hat sie den Mann gefunden, mit dem sie dann glücklich wird und sie scheint da wirklich auch sehr glücklich auch nach außen hin gewesen zu sein. Genau, so scheint es zumindest nach den Beschreibungen ihrer Mutter zu sein. Also wirklich dieses, die waren ein Traumpaar, das muss schön gewesen sein erstmal. Aber Jahre später bekam das Bild dann Risse. Die Mutter bemerkt dann, dass Ralf sehr viel trinkt. Aber ja, Stefanie hat ihn eigentlich immer in Schutz genommen und auch als es ab Mitte der 1980er mit der Ehe der beiden weiter bergab ging, Stefanie nur noch arbeitete und ihr Mann nichts mehr tat, erfuhr die Mutter nichts von Stefanies Leiden in der Ehe. Nichts von dem Misshandlung, selbst als ihr mehrfach am Telefon anonym mitgeteilt wurde, dass ihre Enkelkinder total vernachlässigt werden und sie dann ihre Tochter wirklich darauf anspricht, wer hat Stefanie immer noch ab. Also kann man sich ja irgendwie kaum vorstellen, wenn man da schon so das Ganze hört, dass Stefanie das eigentlich immer noch in Schutz nimmt. Sie sagt aber dann, das seien alles nur ein Ei da. Ja und dann Anfang August 1988 kam Stefanie dann zu ihr und zeigte die ganzen Hämatome am ganzen Körper und auch die Verbrennungen. Und ja, wie soll eine Mutter reagieren? Die ist natürlich total geschockt. Und ja, Stefanie erzählt dann aber, dass Ralf sie wirklich häufig misshandelt hat, aber er jetzt weggegangen soll. Und na klar, ich meine so als Mutter und Oma ja auch, macht man sich da auch immer noch Sorgen. So hat die Mutter das dann auch gemacht und hat sich halt so gedacht, ja wenn Hates wiederkommt, dann passiert vielleicht auch noch Schlimmeres. Was Bernhard ihr dann tatsächlich später erzählt, konnte sie nämlich auch zunächst nicht glauben, weil sie kannte ja erstmal auch immer nur die Seite von ihrer Tochter. Und Bernhard erzählt ihr dann, dass Stefanie ihren Mann erschossen hatte. Moment, wie? Also Bernhard, der Ex jetzt von Stefanie, geht zu ihrer Mutter und erzählt, dass sie den Ralf erschossen hat? Ja, ganz genau. So war das. Bernhard und Stefanie hatten sich zwar getrennt, doch Bernhard wollte die Kinder auch mal besuchen. Und die lebten zu dem Zeitpunkt nämlich für eine Weile bei ihrer Oma. Dort war Bernhard also zu Gast und erzählte offenbar, dass Stefanie ihren Mann erschossen habe. Die Mutter dachte aber, der muss einfach nur rachsüchtig sein und denkt sich das alles aus. Das kann nicht sein. Also die konnte es einfach nicht glauben. Also rachsüchtig bezieht sie dann darauf, dass Stefanie ja zu dem Zeitpunkt wohl einen neuen Mann hatte. Okay. Gut, das klingt irgendwie alles ganz schön schräg und durcheinander, wobei ich nachvollziehen kann, dass man so eine Geschichte nicht glauben kann oder auch will, dass das eigene Kind sowas getan haben soll. Denn die Mutter liebt ja Stefanie offenbar sehr, oder? Ja, so wirkt es auf jeden Fall vor Gericht. Also die Mutter sagt und dabei bricht ihr auch wirklich regelrecht die Stimme weg, dass sie ohne das Geständnis ihrer Tochter die Geschichte auch einfach heute noch nicht glauben würde. Wobei das Gericht diesen Ablauf, den Stefanie da schildert, wir haben es eben gehört. Also der Mann kommt betrunken nach Hause, schlägt sie, misshandelt sie, beschimpft sie, drückt ihr dann diese Pistole in die Hand und sie drückt irgendwie in Panik und Notwehr ab. Das glaubt das Gericht auch nicht so ganz. Welche Ungereimtheiten gibt es da? Ja genau, das kann alles nicht so ganz zusammenpassen und dafür hat das Gericht auch so ein paar Hinweise. Denn Stefanie sagt, sie habe die Tat am Nachmittag begangen. Freunde von Ralf behaupten allerdings, sie hätten am Abend des 30. Juli 1988 noch mit Ralf in der Bar gesessen. Also da kann schon mal irgendwie zeitlich was nicht stimmen. Außerdem gibt es auch Zeugen, die ausgesagt haben, sie hätten Ralf in den Tagen vor der Tat noch in seinem Haus im Breit gesehen. Stefanies Geschichte allerdings sagt, dass er schon Tage vor der Tat gegangen sei, um sich da eben ein neues Leben in Frankfurt aufzubauen. Und ein weiteres Indiz gegen Stefanies Geschichte liefern zwei Gerichtsmediziner. Denn die bezweifeln zu dem Zeitpunkt, dass Ralf nach einem einzigen Schuss aus einer Pistole sofort tot war. Auch soll es an dem Tatort drei Patronenhülsen gegeben haben. Weitere Zweifel tauchen beim Gericht auf, als Stefanie von ihren Träumen berichtet. Genau, in diesen Träumen sieht Stefanie ihren Mann nämlich immer mit einem Loch in der Stirn und nicht mit einem in der Schläfe. Was ja da, also es muss ja in der Schläfe gewesen sein, weil sie sagt ja, er hat ihr die Buffer an die Schläfe gedrückt. Also hätte sie sich da irgendwie mit ihrem Traum verplappert sozusagen. Ja, irgendwie schon. Sie bleibt aber trotzdem bei ihrer Geschichte. Ja genau, sie beharrt eigentlich komplett darauf, dass es so gewesen ist, wie sie es geschildert hat. Und er sie quasi genötigt hat, durch ihn selbst ihm in die Schläfe zu schießen. Und das ist natürlich nicht mehr einwandfrei zu klären, weil Ralfs Überreste hat sie ja verbrannt. Und also, ja, was ja immer am allerschlimmsten bei solchen Prozessen ist, ist, wenn Kinder aussagen müssen. Und leider kommt es auch in diesem Prozess dazu. Genau, leider ja. Denn Stefanie behauptet ja, dass ihr Mann in den Tagen vor der Tat nicht zu Hause war, weil er ja ausziehen wollte. Und um das dann eben genauer zu überprüfen, sollen jetzt auch im Februar 1992, zu dem Zeitpunkt läuft der Prozess ja schon ein Jahr. Oder schon fast ein Jahr. Und dann sollen auch die Kinder vor Gericht aussagen. Die Tochter von Stefanie ist zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt und ihr Sohn zwölf. Die Kinder haben auch bei der Kripo schon mehrfach ausgesagt. Und zwar eigentlich durchweg immer, dass sie eigentlich von dem Ganzen nichts mitbekommen haben, was ja auch dazu passen würde. Denn die Mutter sagt ja die ganze Zeit, die waren bei den Nachbarn. Also können die ja gar nichts mitbekommen haben. Ja, und das sagen sie dann ja wahrscheinlich auch vor Gericht, oder? Weil Stefanie hat ja ausgesagt, dass die Kinder während der Tat gar nicht zu Hause waren, sondern bei Nachbarn. Ja, so wird es zumindest erwartet, wenn man das die ganze Zeit vorher von den Kindern schon so hört. Aber im Prozess kommt es dann eigentlich ganz anders. Und das ist auch für alle Anwesenden total überraschend. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Als das Mädchen mit seinem Bruder und Bernhard zum Spazieren geschickt wird, hat der ein Jahr ältere Junge noch einmal zum Terrassenfenster hineingeschaut und gesehen, dass über dem Sessel, auf dem eben noch der Vater lag, eine Decke ausgebreitet wurde. Jetzt ist Papa weg. Mama hat gesagt, dass sie ihn für immer fortgeschickt hat. Aber das Mädchen glaubt ihr nicht. Und in einem unbeobachteten Moment schleicht es sich aus dem Haus, zur Garage, obwohl die Mutter das streng verboten hat. Sie schaut hinein. Dort, unter einer gelben Plane, liegt ein Körper. Eine Hand ragt heraus. Es ist Papas Hand. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Und an diesem Moment kann sich auch die Rita Klein, unsere damalige Gerichtsreporterin, noch total gut erinnern. Das hat sie mir erzählt. Dieser Moment, den wirklich keiner erwartet hat und der diesen Prozess dann ja auch die Wende gibt, kommen wir ja gleich zu, der war wohl wirklich komplett überraschend für alle. Also, dass dieses Mädchen da dann auf einmal was völlig anderes sagt als vorher, das war für alle Anwesenden ein Schock. Ja, wirklich schrecklich. Also, kann ich mir vorstellen, dass das echt, wie soll man auch damit rechnen, dass es auf einmal anders ist, ne? Das Mädchen war zum Tatzeitpunkt ja erst acht Jahre alt. Also, es ist schon wirklich, wirklich jung. Und sie sagt dann ausschließlich auch vor Gericht, dass Stefanie sie und ihren Bruder gemeinsam mit Bernhard auf einen Spaziergang geschickt habe. Als die drei zurückkamen, sah das Mädchen, wie die Mutter das Sofa und die Platten auf der Terrasse reinigte. Sie habe den Kindern erzählt, es sei rote Farbe. Ist irgendwie auch komisch, finde ich. Warum sollte dort rote Farbe sein? Also, naja. Und ja, sie sagt halt, dass sie das dort auswasche. Die Kinder haben natürlich auch nach dem Vater gefragt, ne? Wo ist er denn? Und die Mutter hat dann ihr und dem Bruder geantwortet, dass sie den Papa jetzt für immer fortgeschickt habe. Ja, das Mädchen hat ihrer Mutter das aber nicht geglaubt. Denn der Bruder ist tatsächlich nach dem Schuss und vor dem Spaziergang noch um das Haus geschlichen und hat dabei durch das Terressenfenster gesehen, dass eine Decke über dem Sessel ausgebreitet worden war, auf dem zuvor ja noch der Vater seinen Rausch vom Abend ausgeschlafen hat. Also Moment, nach dem Schuss und vor dem Spaziergang, das heißt, die Kinder waren anwesend, während der Vater getötet wurde? Genau, so ist es zumindest, wie die Tochter das berichtet. Weiter sagt sie, dass Stefanie beim Anblick ihres schon wieder betrunkenen Mannes zu den Kindern gesagt habe, dass sie jetzt endgültig mit dem Papa brechen und ihn fortschicken wolle. Genau, Stefanie hat daraufhin die Kinder ins Kinderzimmer geschickt. Dann sei sie ins Schlafzimmer gegangen und danach zurück ins Wohnzimmer. Das haben die Kinder alles so gehört, auch anhand, wie die Türen gequietscht haben. Und kurz darauf hörten die Kinder dann einen Knall. Und das Mädchen sagt auch, dass sie zunächst dachte, es sei einfach eine Vase umgefallen, denn normalerweise gab es eigentlich immer Streit zwischen den Eltern und diesmal nicht. Okay, also die Kinder hören einen Knall, jetzt kann man sich ja herleiten, die ist erst ins Schlafzimmer, hat da die Waffe geholt mutmaßlich, ist dann ins Wohnzimmer und hat ihn erschossen. Und einen Streit soll es nicht gegeben haben. Und da sind die Kinder sich aber sicher, dass sie das nicht gehört haben. Ja, um das sicher zu klären, gibt es an einem der Verhandlungstage noch einen Ortstermin in Loma. Da soll dann ein Gutachter eigentlich mal genau gucken, was hört man eigentlich. Alle Verfahrensbeteiligten und ein Schallsachverständiger sind da also vor Ort, um das zusammen zu klären und zu testen, wie viel man da wirklich hört. Und weil das Wohnzimmer, das ist nämlich auch so, das liegt einfach direkt neben dem Kinderzimmer. Okay, also Wand an Wand, ja. Genau. Stefanie als Angeklagte ist an der Stelle dann übrigens auch mit dabei. Genau wie unsere Reporterin natürlich auch anwesend war bei diesem Termin. Rita beschreibt in ihrem Artikel dazu, dass sie in Handschellen in ihrem alten Haus steht, blass ist und komplett zittert. Also wirklich sichtlich bewegt von den Vorgängen. Ja. Okay, also wenn ich mir das so richtig vorstelle, die sprechen quasi testweise im Wohnzimmer in unterschiedlicher Lautstärke. Und der Sachverständige beurteilt und misst vielleicht, wie viel davon dann im Kinderzimmer auch wirklich zu hören ist. Ganz genau. So war es. Und das Ergebnis fällt für Stefanie wirklich nicht gut aus. Denn der Sachverständige findet raus, dass sogar leise Stimmen aus dem Wohnzimmer im Kinderzimmer zu hören sind. Ja, und bei einem Streit, den Stefanie da ja beschreibt in ihrer Geschichte, da hätte man eigentlich alles hören müssen, wirklich jedes Wort. Ja, damit wird ja dann die Aussage der jetzt elfjährigen Tochter nochmal mehr gestützt. Und jetzt würde mich interessieren, wie denn Stefanie als Mutter auf diese Aussage ihrer Tochter reagiert. Sie wirkt vor Gericht komplett geschockt, denn sie hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass die Kinder irgendwas gehört haben. Sie sagt selbst, ich wusste nicht, dass meine Kinder um den Tod ihres Vaters wussten. Ich habe ihnen gegenüber doch immer geheim zu halten versucht. Sie hatte auch das Gefühl, dass das gut geklappt hat, denn die Kinder waren, nachdem sie ihren Mann erschossen hatte, viel fröhlicher und aufgeschlüsseler, als sie dies eben während der Ehe waren. Also das sagt Stefanie, das ist ihr Eindruck von den Kindern. Genau, das ist ihr Eindruck. Also für diese Kinder muss das eine unvorstellbar schwierige Situation gewesen sein. Einerseits hat die Mutter den Vater erschossen, andererseits ist sie ja immer noch deine Mutter, die du liebst. Da muss sich dann so ein kleines Kind überlegen, will ich jetzt die Mama ins Gefängnis bringen oder spiele ich hier weiter mit? Also da kann ich mir vorstellen, da spielt bestimmt auch Angst eine Rolle. Also das Mädchen wurde eben auch von einer Diplom-Psychologin genauer untersucht und hat mit ihr da eben gesprochen und die erklärt vor Gericht dann auch wirklich die Zerrissenheit des Mädchens. Die Diplom-Psychologin sagt eben, dass sich das Mädchen sehr ernst mit sich und der Frage gekämpft hat, nehme ich jetzt die Schuld auf mich, was wichtig ist zu verschweigen, oder nehme ich die Schuld auf mich, die Mutter zu belasten? Ja, schreckliche Situation. Jetzt haben wir ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Wir haben ja die Aussagen von Nachbarn und der Mutter und natürlich von allem von Stefanie, dass sie von Ralf misshandelt worden ist. Bestätigt die Tochter das denn auch? Das muss doch ein Kind mitbekommen haben, oder? Ja, sollte man meinen und deshalb tut sie auch nicht. Also sie bestätigt es nicht. Gegenüber der Psychologin sagt das Kind, wörtlich, dazu hat der Papa die Mama viel zu lieb gehabt. Sie sagt auch, dass stattdessen Bernhard, also der neue Freund der Mutter, diese mal geschlagen haben soll. Aber ja, woher jetzt wirklich Stefanie diese Verletzung wirklich hatte, lässt sich nicht mehr abschließend beantworten. Dass es die Verletzung gab, ist ja belegt, da hat ja auch der Arzt das Ganze bestätigt. Jetzt sage ich was, dass wirklich reine Spekulation ist und das auch absolut überhaupt nicht zu belegen ist. Aber ich hatte irgendwie eben den Gedanken, dass die dann auf einmal zum Arzt geht und sich diese Verletzung dokumentieren lässt und zu ihrer Mutter geht und ihr das dann auf einmal mit den ganzen Misshandlungen, die es gar gegeben haben soll, erzählt. Das kommt mir so im Zusammenhang dann doch jetzt etwas komisch vor. Aber wie gesagt, es ist ja nie zweifelsfrei geklärt worden. Denn jetzt muss man natürlich auch sagen, die Aussage, dass der Papa sowas nie getan hätte und es stattdessen der neue Freund war, die würde ich jetzt auch ehrlich gesagt mit Vorsicht genießen. Ja, genau. Wobei man da wirklich ganz klar sagen muss, die Psychologin, die ja die Tochter betreut, die räumt dem Kind wirklich in diesem Fall uneingeschränkte Glaubwürdigkeit ein. Und später im Prozess ergänzt die Psychologin noch, dass das Mädchen nach der Tat auch wirklich immer Angst vor ihrer Mutter hatte. Also sie hat gesagt, ich hatte Angst vor meiner Mutter. Jedes Mal, wenn sie mich in den Arm genommen hat, habe ich daran gedacht, dass sie meinen Vater umgebracht hat. Was ja auch wirklich eine Aussage von einem Kind ist, finde ich schon heftig. Und sie habe sich dann auch immer gefragt, warum hat sie das eigentlich getan? Sie hätte ihn ja wirklich wegschicken können, wie sie es auch gesagt hat. Also komplett nachvollziehbare Gedanken von so einem Kind auch. Und die Psychologin beschreibt das Mädchen als ein waches, aufgeschlossenes und intelligentes Kind mit einem sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühl. Ja, so kommt es einem vor. Also das ist auch ein Kind, das irgendwie sehr viel schneller groß werden musste, als es eigentlich schon gut wäre. Und irgendwie wirft das dann auch wieder ein interessantes Licht darauf, dass Stefanie sagt, die Kinder wären so viel glücklicher und entspannter gewesen. Also das hört sich jetzt ganz und gar nicht danach an. Denn dieses Mädchen und auch natürlich ihr Bruder, die müssen eine unglaubliche Last auf den Schultern gehabt haben. Und diese Entscheidung dann vor Gericht auszupacken, die muss unglaublich schwer gewesen sein. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Also hat sie da wirklich vorher niemals irgendwas drüber gesagt? Hat sie tatsächlich schon. Sie hat nämlich mal mit ihrer Oma, also Stefanies Mutter, darüber geredet und davon erzählt. Die muss nach der Aussage des Mädchens dann tatsächlich nochmal aussagen vor Gericht. Und dann räumt sie auch ein, dass im Jahr zuvor, also 1991, das Mädchen mal zu ihr gekommen sei und habe gesagt, Oma, ich muss dir ein Geheimnis anvertrauen, aber du darfst es niemandem sagen. Und dann habe sie ihr gestanden, dass Stefanie den Papa umgebracht hat, eben erschossen hat und die beiden im Kinderzimmer waren. Also sie und ihr Bruder. Oh Gott, also als Oma und Mutter muss das auch der absolute Wahnsinn gewesen sein. Aber hat sie denn da gar nichts unternommen? Ja, doch, hat sie. Stefanie war ja schon in Untersuchungshaft und die Mutter von ihr ist dann komplett aufgelöst ins Gefängnis gefahren. Hat ihre Tochter damit konfrontiert natürlich, weil sie könnte es mal wieder überhaupt nicht glauben, was sie da schon wieder erfahren hat. Und ja, Stefanie bleibt aber immer noch dabei. Die Kinder seien bei den Nachbarn gewesen. Vor Gericht kommen der Mutter dann auch die Tränen und sie sagt, sie habe Stefanie immer so geliebt, sie immer als das kleine Mädchen gesehen. Doch sie ist erwachsen. Anschauen kann sie ihre Tochter diesmal aber tatsächlich auch gar nicht mehr. Ja, dann sagt sie zum Schluss noch, wenn sie eine Mutter ist, dann soll sie jetzt die Wahrheit sagen. Das fordert sie dann von ihrer Tochter noch. Aber offenbar ohne Erfolg. Ja, Stefanie bleibt einfach immer weiter bei ihrer Geschichte, obwohl ja immer mehr Anzeichen einfach da sind, die zeigen, es kann einfach so nicht abgelaufen sein. Der Staatsanwalt hat jetzt auch keine Zweifel mehr daran, dass Stefanie ihren Mann am 30. Juli 1988 erschossen hat und zwar tatsächlich ganz und gar nicht aus Notwehr. Er sagt, und das finde ich auch ganz schön krass, sie hat ihren Mann hingerichtet. Deshalb fordert er eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Heimtücke. Strafgesetzbuch Paragraf 211. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Um das Mordmerkmal der Heimtücke zu erfüllen, muss das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher Willensrichtung geschehen. Dazu muss man ergänzen, dass das Mordmerkmal der Heimtücke das wohl juristisch umstrittenste Mordmerkmal sein dürfte. Es würde jetzt wirklich viel zu weit führen, das auszudiskutieren, zumal wir beide keine Juristinnen sind und da sehr schnell an unsere Grenzen geraten würden. Nur so viel, um das Problem vielleicht ansatzweise deutlich zu machen. Wir haben ja gerade gehört, laut Gesetz handelt heimtückisch, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tat ausnutzt. Das eröffnet natürlich in der Praxis ein sehr weites Feld. Also im Grunde könnte quasi jede überraschende Tötung als heimtückischer Mord ausgelegt werden. Deshalb ist es aus juristischer Sicht erforderlich, das Mordmerkmal der Heimtücke einschränkend auszulegen, sagt man da so hübsch. Es kann in bestimmten Ausnahmefällen dann über eine sogenannte Rechtsfolgenlösung eine mildere Strafe geben als die, die ja eigentlich die einzige für Mord vorgesehen ist, nämlich lebenslange Haft. Also einfach gesagt, der oder diejenige wird zwar als Mörder oder Mörderin verurteilt, bekommt aber eben nicht diese lebenslange Haftstrafe. Und was für Fälle könnten das dann sein? Ja, da wird vor allem der sogenannte Mitleidsmord genannt. Also wenn jemand in der Annahme, es sei das Beste für die andere Person zu sterben, diese tötet, das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt. Oder aber der Haustyrannenmord. Da gibt es einen Präzedenzfall, da hat eine Frau ihren Mann, der sie und schließlich auch ihre Töchter zuvor jahrelang aufs Übelste misshandelt und gequält hatte, im Schlaf erschossen. Okay, das klingt echt spannend und krass und lässt mich direkt an unseren Fall eigentlich denken an der Stelle. Hier kommt es zu solchen Überlegungen jedoch nicht, obwohl man es denken könnte. Stattdessen fordert Stephanies Anwalt weiterhin eine Verurteilung wegen Totschlags im minderschweren Fall. Und er warnt auch das Gericht davor, eine Verurteilung auf die Aussage der Kinder zu stützen. Und ja, immerhin sei das Mädchen ja auch wirklich nur Ohrenzeugin gewesen und Stephanie habe sehr unter ihrem akkulkranken Mann gelitten. Ja, ich glaube der Knackpunkt hier ist so ein bisschen, dass sie ja behauptet, er hat ihr die Pistole so in die Hand gegeben und sie hat ihn dann in Panik erschossen. Und tatsächlich ist es offensichtlich ja so gewesen, dass er geschlafen hat und somit halt arg und wehrlos war. Deshalb dann dieses Mordmerkmal. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch total schwierig, das beurteilen zu können. Zum Glück muss ich es nicht. Wie wurde denn Stephanie eigentlich psychiatrisch eingeschätzt? Genau, da gab es auch einen psychiatrischen Sachverständigen und der hat Stephanie auch untersucht. Und zu welchem Ergebnis er kommt, hat unsere Gerichtsreporterin Rita Klein so zusammengefasst. Generalanzeiger Bonn, 1. Februar 1992. Stephanie ist eine Frau, die aufgrund von Störungen in der Kindheit unter einem schweren Mangel leidet. In ihrer Welt gibt es Liebe und Vertrauen so gut wie gar nicht. Ihr Selbstwertgefühl ist so gering, dass sie, um zu überleben, eine Rolle spielt, die nicht mit ihrem Innersten übereinstimmt. Die Rolle der tüchtigen, starken, hingebungsvollen, verantwortungsbewussten Frau. Ohne es zu wissen, schauspielert sie. Sie muss sich selbst ständig dieses Bild vormachen, um damit leben zu können. Deshalb haben wir auch das Problem, dass wir sie nicht greifen können, sagt der Psychiater. Wenn sie ihr Innerstes erkennen würde, wäre sie selbstmordgefährdet, meint er. In Ralf habe sie einen ähnlich emotional unreifen Menschen getroffen, aber der Arzt hält sie für voll schuldfähig. Ich kann da noch ergänzen, dass Rita sich erinnert hat, leider liegen uns weder Urteile noch Gutachten vor, aber Rita erinnerte sich, dass der Gutachter ihr narzisstische Tendenzen, also der Stefanie narzisstische Tendenzen nachgewiesen hat. Und sie soll wohl, so der Gutachter, sehr manipulativ gewesen sein. Deshalb vielleicht auch so ein bisschen, ja, könnte man vielleicht Zweifel dann daran bekommen, an dieser, ja, teilweise doch recht abenteuerlichen Geschichte. Und man könnte auf die Idee kommen, dass sie das vielleicht wirklich sich da so zurechtgelegt hat. Auch, dass es vielleicht diese Misshandlung in der Form nicht gegeben hat. Aber wie gesagt, nichts davon wissen wir genau. Aber dieses Manipulative, das, ja, irgendwie passt das ja auch zu dem, wie sie immer bei ihrer Geschichte bleibt und alle versucht davon zu überzeugen, dass es so war. Ja, und es auch teilweise auch schafft, ne? Ja, ja, absolut. Also es fällt ja auch den Leuten sehr schwer, zum Beispiel ihrer Mutter, davon wegzukommen, von der Geschichte. Erst als natürlich immer mehr Beweise aufkommen, dass es vielleicht doch nicht so ist. Genau. Ja, es fällt dann am 12. März 1992, also rund ein Jahr nach Prozessbeginn, ein Urteil. Genau. Also, während Bernhard, der auch mit angeklagt war, eine Geldstrafe von 6.300 Mark wegen Strafvereitelung auferlegt wird, wird Stefanie tatsächlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber sie will dieses Urteil nicht auf sich beruhen lassen, oder? Genau. Ihr Verteidiger legt daraufhin dann Revision ein und das Ganze landet beim Bundesgerichtshof. Der verwirft aber die Revision und bestätigt das Urteil des Bonner Landgerichts, sodass es dann tatsächlich bei der lebenslangen Haft bleibt. Okay, also das ist jetzt wirklich Spekulation, gerade weil uns leider das Urteil nicht vorliegt. Aber wenn wir jetzt mal, im Gegensatz zu dem, was wir eben vermutet haben, voraussetzen würden, dass Stefanie wirklich seit Jahren unter einem alkoholkranken und gewalttätigen Mann gelitten hätte, wie gesagt, nichts davon ist bestätigt, aber eben auch nicht widerlegt worden, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Prozess oder ja vielleicht zumindest die Revision heute anders hätte laufen können. Und vielleicht hätte man heute nochmal gesetzt den Fall, dass es doch so war, wie Stefanie es beschrieben hat, einen anderen Blick drauf gehabt. Ja, das kann gut sein. Also es ist ja wirklich dann eine ganze, viele Jahre später dann, dass es diesen Vergleichsfall da gab. Man kann es jetzt natürlich abschließend nicht wissen, aber ich glaube auch tatsächlich, dass das juristische Bewusstsein für so etwas heute vielleicht größer ist. Ja, zumindest hätte man dann vielleicht klarer es auch ausschließen können, man weiß es nicht. Ja, wie gesagt, in unserem Fall bleibt es jedenfalls bei lebenslang, also mindestens 15 Jahre. Das ist jetzt mehr als 30 Jahre her und Stefanie sitzt nicht mehr im Gefängnis. Richtig, da hatte ich dann auch mal wirklich bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, wie es denn jetzt ist und Stefanie wurde tatsächlich 2011 entlassen, im Juni. Ob sie dann wieder nach Heidelberg gezogen ist oder vielleicht jetzt auch ganz woanders lebt, das ist nicht mehr bekannt über sie. Ja, was wir aber rausfinden konnten, auf vielleicht nicht ganz offiziellen Wegen, das ist, dass Stefanie wohl immer eine sehr vorbildliche Gefangene war, sich nie irgendwas hat zu Schulden kommen lassen im Gefängnis. Und nach allem, was wir wissen, ist sie seitdem auch nie wieder strafrechtlich in Erscheinung getreten. Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Episode. Vielen, vielen Dank, Wiebke, dass du dabei warst. Hoffentlich bis bald mal wieder. Und euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, euch heute diesen Fall vorzustellen. Dankeschön. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region. Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Deick. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch.